Die Woche geht zu Ende und es war keine negative, keine zumindest mal wirklich auffällig schlimme, im Gegenteil, auch wenn das Ende jetzt so seit dem 8. Dezember, wir sehen das hier, jetzt nicht mehr wirklich neuen Vortrieb beim DAX geschafft hat, es ist alles noch safe. Ich sage mal so ganz grob, solange wir dieses Hoch hier nicht unterschreiten, 15.500 und ein bisschen hier, 10 ungefähr, das Hoch vom 1. Dezember nachmittags, solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, scheint aus meiner Sicht erstmal alles gut, denn dann sind wir überlappungsfrei. Das heißt, das wäre so ein erster Bruch der tollen Idee, nämlich, dass wir einen neuen Schub nach oben haben, impulsiv, idealerweise möglichst wenig Kursüberschneidung. Das wäre ein erster deutlicher Hinweis, dass der Markt einknickt. Es ist natürlich nicht die Marke, die hier entscheidend ist. Ich höre das immer wieder auch an den Kommentaren, sehe ich das manchmal, dass dann, ja, wie kann denn diese Marke, die Marke ist völlig uninteressant. Und vergiss diese Marke, es geht darum, wenn ihr guten Mutes seid, dann lasst ihr euch die Wurst nicht mehr vom Teller ziehen. Warum geht ihr wieder in alte Korrekturmuster rein? Warum so weit wieder zurück? Je mehr es Überschneidungen gibt, desto eher ist die Frage, ihr glaubt also wirklich an den Bullenmarkt? Warum kauft ihr dann nicht? Mal gucken, sehen wir mal. Also, das ist nicht, weil diese Marke so besonders ist, sondern weil Kursüberschneidungen meistens ein Zeichen sind, dass die Leute nicht wirklich überzeugt sind. Es gibt nämlich einen Unterschied von, ja, man müsste mal, da müsste mal jemand und ich mache jetzt einfach. Und offensichtlich macht jetzt nicht die Mehrheit das, wenn der Kurs da durchgeht. Noch sind wir aber oberhalb. Ihr seht, hier ist diese Kiste. Wir sind noch in diesem Entscheidungsrahmen. Ich will euch nicht langweilen mit dem Gleichen immer wieder. Noch ist es absolut realistisch, dass auch das passiert. Denn wir sind bis in diesen Entscheidungsraum reingekommen und hier in diesem Raum wird jetzt entschieden, ob im Nachgang dieser als Gewinner, also als bullisches Bild sozusagen verlassen wird oder auf der Verlustseite, das wäre also auf der Abstiegsseite, sprich Short-Seite. Das muss ja nicht mit Verlusten zu tun haben unbedingt. Wer shorten kann und will, kann das ja sogar nutzen. Und dann eben mit Erwartungshaltung, dass wir diese Marken hier unten eben nochmal sehen. Diese Symmetrien, einfach, dass man sagt, okay, so ähnliche Größenordnung. Auch hier geht es ja nicht um exakt diese Marke. Es geht darum, dass ungefähr dieses, okay, dann sind wir hier im gleichen Rhythmus. Der Mensch liebt Symmetrien und dementsprechend ist das nicht ganz untypisch. Aber nur die Symmetrie-Liebe alleine bringt den Kurs jetzt nicht hier runter. Sonst wäre das Traden wahrscheinlich zu einfach, wenn man immer sagen würde, okay, es muss ja dann immer genau da aufgehen. Das ist natürlich auch Quark, aber nehmen wir mal an, er geht jetzt hier wirklich unter diese Marke und unter diese Marke hier, das Tief vom 3. Dezember hier irgendwann mittags, 15.100. Das sind alles so Marken, wo man sagt, wenn der Diener unten verlässt, dann reden wir voraussichtlich eher tatsächlich nochmal, dass wir die 14.300 irgendwie sowas, diese Ecke, muss nicht exakt sein, aber zumindest mal das Tief, was wir hier haben, auch nochmal eben sehen, also dann geht es nochmal in die 14.000er rein, hier 14.700, sehen wir dann locker dann nochmal, wenn er diese Marken durchstößt, ist das Bild deutlich wahrscheinlicher. Das ist natürlich nicht ganz sicher, aber es ist so wahrscheinlich, dass zu sagen, ach nee, das passiert ganz sicher nicht, keine gute Entscheidung ist aus meiner Sicht. So, aber noch ist nicht wirklich alles schlimm, denn wenn wir hier mal gucken, es ist noch alles in Ordnung einigermaßen. Wenn der Kurs sich dann nochmal fängt, das werden wir vor dem Wochenende beim DAX wohl nicht mehr sehen, deshalb ist es vielleicht ganz spannend, was die Amerikaner machen. Da sind wir eigentlich ja ähnlich unterwegs, da hat sich auch nichts dran geändert. Wir sind halt in dieser Langeweile-Phase hier. Hier vorne war schon eine Pause, hier ist jetzt eine Pause und ihr seht, so sieht eine Pause aus. Und man tritt halt auf der Stelle rum und wartet, dass irgendwas passiert, um dann wieder loszulegen und das idealerweise nach Norden, denn das war ja die vorrangige Aufwärtsbewegung, die wir hier haben. Auch übergeordnet natürlich haben, erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Also aufwärts scheint, auch mit diesem Geplänkel, was wir hier haben, noch längst nicht vom Tisch. Aktuell würde ich noch nicht so sehr auf die Long-Seite setzen, denn die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, wie Aufwärtsbewegung, hat er doch gesagt, geht nach rechts. Ja, aber seit diesem Tief, das ist der tiefste Punkt hier in diesem Bereich, sind wir eine Aufwärtsbewegung, wie Aufwärtsbewegung von da nach da ist aufwärts, aber selbst wenn man bis hier hinguckt, es ist eine Aufwärtsbewegung. Und wenn ich dieses Teilstück hier gucke, seit dem Tief, dann ist das genau nicht das, was ich mir unter einer tollen Aufwärtsbewegung vorstelle. Warum nicht? Wenn das eine Aufwärtsbewegung ist, gucken wir uns mal die Gegenbewegung an. Und entweder ist das eine Gegenbewegung und das war's. Dann sind wir dreiwellig unterwegs, dann ist sowieso abwärts angesagt. Oder die Aufwärts ist ja noch nicht zu Ende. Okay, dann haben wir hier aber die nächste Gegenbewegung. Die ist wieder massiv überschneidend. Egal, wie wir das Ding drehen, das sieht korrektiv aus. Also wenn ich mir was wünschen darf, auch der Optik halber, dann soll er noch einmal tiefer gehen. Dann haben wir hier ein bisschen feil in der Aufwärtsseite, feil in der Abwärtsseite. Und dann können wir Montag dann, von mir aus auch Dienstag, wenn es dann unbedingt sein muss, aber nächste Woche dann frisch, fromm, fröhlich, frei nach oben wieder weiterlaufen. Das wäre ja eigentlich eine ganz passende Geschichte. Also vorläufig sieht das beim Dow nicht nach Kaufen aus. Aber wir haben erzählt, dass solange der Kurs so fällt, hat man sicherlich auf Kaufen nicht zwingend Lust. Das ist nicht nur eine Geschichte, die beim Dow ist. Das haben wir aktuell auch bei anderen, wobei man hier allerdings sagen muss, wobei die Aufwärtsbewegung auch hier, sie hat einen dreiwelligen Eindruck. Und dreiwellig ist klassisch Gegentrendrichtung. Das geht übrigens auch im Kleinen, wenn ihr also sagt, naja, aber das war ja hier auch mehr oder weniger im Wesentlichen die großen Dinger dreiwellig. Ja, und anschließend ging es ja weiter nach oben. Also ihr seht, dann habt ihr immer so Triggermarken. Solange der unterhalb bleibt, ist ein Kaufen vorläufig in diesem Bild nicht zu denken. Und wenn er heute Nachmittag sowas macht, dann ist sogar die Short-Seite vor dem Wochenende nochmal ganz praktisch. Ich hätte nichts dagegen, solle nochmal ein bisschen Pause machen. Und dann können wir nach dem Wochenende ja wieder ganz frei auf da loslegen. Der S&P, hätte ich fast gesagt, den haben wir gerade. Der Nasdaq ist ebenfalls entsprechend unterwegs. Man kann sich über die internen Wellenverhältnisse so ein bisschen die Nase rümpfen. Insgesamt allerdings ist das schon ein schöner Anstieg. Und ich würde mal sagen, egal wie wir das drehen, was seit diesem Hoch begonnen hat, ist nicht impulsiv. Selbst wenn ich jetzt das so zähle, dann sind wir wieder in der Überschneidung. Ich bin also nach wie vor der Meinung, das ist das bessere Bild. Ich weiß noch nicht so genau, wie das hier enden wird. Theoretisch müsste es aber vorzüglich nach oben sein. Denn die letzte Bewegungsrichtung ist stark und noch gefällt mir die Abwärtsseite mit den Gegenbewegungen hier im Verhältnis dazu nicht. Also man sieht, die Marktteilnehmer, so richtig mutig sind sie nicht. Sie kaufen ja offensichtlich nicht, sonst wird der Kurs ja nach oben gehen. Also es gibt natürlich welche, die kaufen, aber nicht mit so viel Druck, um den Kurs nach oben zu pushen. So, gut, Punkt 1. Aber wenn dem schon so nicht ist, sie lassen sich aber auch nach unten wirklich Zeit. Das heißt, sie haben keinen Druck nach unten. Das heißt, bei nächst bester Gelegenheit, was auch immer das sein mag, wahrscheinlich wohl eher nach dem Wochenende, ist so meine Vermutung, gibt es eine realistische Chance, dass wir nach oben unterwegs sind. Und bestätigen lassen würde ich mir das immer, zum Beispiel durch den Bruch der Hochmarken dann. Oder, was ich auch sehr, sehr gerne mag, dass ich dann hier dieses Ende im Kleinen angucke. Und wenn ich dann das sehe und das sehe, dann bin ich wieder in meinem typischen Verhaltensmuster. Ich weiß, der eine oder andere hat das schon mal gesehen bei mir. Also das wäre das. Und wenn es nicht so ein wackeliges ist, dann ist es vielleicht auch nur ein ABC. Wir erinnern uns, dreiwellig ist häufig Gegentrend. Das wäre der Endspunkt. Denn dann haben wir auch noch eine Bestätigung. Wenn ich das im Kleinen hier unten dann bekomme, dann kann ich sagen, muss ich gar nicht mal auf den Bruch dieser Marke warten, sondern kann da unten vielleicht schon mal gucken, ob ich ein bisschen früher long kann. Das ist aber eine andere Geschichte, die wir in der nächsten Woche wieder erzählen. Diese Woche ist so nahe rum, mehr oder weniger. Euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Ganz liebe Grüße. Bis bald. Macht's gut.